Hallo liebe Schachgemeinde, mein Name ist Martin Hahn und ich schreibe Schachgedichte. Beim heutigen Gedicht geht es um die Motivation mittelmäßiger Spieler, innerhalb der Mittelmäßigkeit besser sein zu wollen. Es heißt Herr Bauer, Schachkreis Schwarzwald-Alp und wer an Hintergründen des Gedichts interessiert ist, kann auch meinen gleichnamigen Artikel aus dem Jahr 2020 mit einer früheren Version des Gedichts beim Online-Schachmagazin Perlen vom Bodensee aufrufen. Herr Bauer, Schachkreis Schwarzwald-Alp. Herr Bauer, Schachkreis Schwarzwald-Alp, der wäre gerne innerhalb seiner Mannschaft ein Brett weiter, denn er ist bloß Mannschaftszweiter. Ein Herr König spielt an eins, der ist Meister des Vereins und ist dreist und unbescheiden. Bauer kann ihn gar nicht leiden. Herr Bauer, Schachkreis Schwarzwald-Alp, hätte schachlich gern Herrn Königs Skalb. Plötzlich in der Lebensmitte plagen ihn die Defizite. Ein Trainer aus Tatschikistan nimmt per Skype sich seiner an. Vorm Schlafen macht er nun im Bett, zur Steigerung der DWZ und, um es besser drauf zu haben, Taktik-Training-Matt-Aufgaben, liest ein Buch vom Tigersprung, joggt und fühlt sich wieder jung. Herrn Bauers Einsatz zahlt sich aus. Er ist Herrn König bald voraus, schickt sich an, ihn abzuhängen und vom Spitzenbrett zu drängen. Im nächsten Sommer ist soweit. Er geht an eins, ganz ohne Streit und macht nicht mehr so viel Fehler, springt auf 1300 Zähler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017